Liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, willkommen zum zweiten Teil des Fremotreffens in Traskamukern 2022. Wir wollen uns heute, das sehen wir schon an den Bildern, ein wenig um die tschechische Staatsbahn kümmern, die hier jedes Jahr mit unseren tschechischen Freunden hier zu erleben ist. Das ist jetzt hier auf dem Arrangement, das Bild kennen wir schon vom ersten Teil der blaue Bereich. Wir haben jetzt ganz unten den Schattenbahnhof Plagwitz, ein Stück Hauptstrecke und von dort zweigt dann dieser tschechische Ast ab. Bevor wir uns das noch ein bisschen genauer angucken, wir haben noch ein paar Bilder vom Aufbau, die ich jetzt hier mal noch einflechten lasse. Da wie so langsam sich die Halle mit Modulen füllt, bis wir dann endlich diesen Zustand hier erreichen. Hier ist also alles fertig. Jetzt laufen wir das Ganze mal ab. Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, wir haben hier einen großen Schattenbahnhof, der sozusagen das ganze Arrangement so ein bisschen versorgt mit Frachten und Fahrzeugen. Und dann haben wir hier ein Stück Hauptbahn. Die Hauptbahn, die geht einmal um die Halle rum, das schauen wir uns dann zunächst nochmal nochmal an. Also diese Sequenz, die sehen wir dann im dritten Teil nochmal. Und hier haben wir den Kollegen, der hier am Abzweig Posthausen sitzt. Und dann gibt es hier nochmal einen kurzen Schwenk zur Schmaschpupon. Das haben wir ja schon gesehen. Und die Strecke, die da hinführt, die sehen wir dann auch noch. So, dann haben wir hier den Bahnhof Lockett. Der also auch schon oft bei uns gewesen ist und auch einfach fantastisch gestaltet ist. Hier sehen wir mal den Gleisplan von Lockett. Also wir haben hier drei Gleise zur Verfügung und dann noch ein Umfahrgleis oben und das ist Gleis 5 und Gleis 4 ist dann die Zufahrt zum Lockschuppen. Weiter geht es hier mit schlechten Licht wieder in Lockett auf die Strecke. Und dann sehen wir hier einen Abzweigbahnhof namens Hukowice-Weslesku. Also Hukowice in Schlesien. Das liegt, also wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, liegt das an der polnischen Grenze. Also im ehemaligen Sudetengebiet. Den deutschen Namen habe ich jetzt nicht rausgekriegt. Ist jetzt auch hier nicht relevant. Ja, dann schließe ich die Schächsische Staatsbahn und nicht die K&K-Bahn aus der Epoche 1. Ja, die Betriebsstelle, ich bin ja ein bisschen kritisiert worden, dass ich mir immer die Betriebsstelle nicht merke. Also ich hatte jetzt in meinem Plan nachgeguckt und ich kann es einfach nicht lesen, was da so steht. Das gleiche gilt für hier. Also in meiner Version des Plans, die ich zugeschickt habe, hier für dieses Video, was wir gerade gesehen haben, sind leider die kleineren Betriebsstellen unläserlich. Ja, hier haben wir den Schattenbahnhof, den kennen wir schon. Da haben wir mal ein Video über den Rohbau gemacht. Also wie die Rohbau, wie die Holzarbeiten, wie die Module zusammengebaut wurden. Wenn ich nicht verlinke, dann wurde das Projekt leider zumindest videotechnisch nicht weiter verfolgt. Naja, und der fungiert hier unter Mengenlager. Soll aber mal noch einen anderen Namen bekommen. Wir sind zurück in Hukowice und schauen uns mal den anderen Abzweig an. Da auf der anderen Seite geht es ja zurück, woher wir vorhin gekommen sind. Dann haben wir hier noch eine Uhr. Das war, glaube ich, die Enz-Show in der Halle. Hat aber gereicht. Also Fremo brauchen wir halt eine Uhr, wenn man nach Fahrplan fahren will. Dann haben wir hier noch eine Uhr. Dann haben wir hier wieder so eine kleine Betriebsstelle. Porsi. Ja, mehr habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hier noch eine wunderschöne Brücke. Ein halbfertiges Modul, was ich hier angefangen habe zu begrasen. Dann haben wir Elkowice. Und hinten dran das Bergwerk. Ja, das Bergwerk haben wir hier noch ein paar schöne Bilder. Das findet auf einem einzelnen Modul statt. Also das ist ein schönes, schnuckeliges, kleines Modul. Das ist so nach dem Prinzip Platzes in der kleinsten Hütte. Ja, das kann man auch auf dem Schreibtisch bauen. Mir hat es auch die Verladung hier so ein bisschen angetan. Zurück nach Elkowice. Da war noch ein Abzweig, der war jetzt im Video nicht drin. Und der führte hier hin. Das sind die Apollo-Werke, um das jetzt mal ins Deutsche zu übersetzen. Eine chemische Fabrik, die sehr, sehr schön gestaltet war. Also auch so für den Gleisplan. Das war sehr, sehr schön. Also die Schöchen bringen immer schöne Sachen mit. Kann man nicht meckern. Hier ist dann noch mal kurz der Abzweig zu sehen. Und ein paar Bilder aus Locket. Ja, wir schauen uns jetzt mal noch eine Runde Bilder an. Hier haben wir übrigens den Bahnhof, wo ich den Namen vorher nicht lesen konnte. Und genießen einfach mal die Szenen. Also wie gesagt, das ist jedes Jahr wieder aufs Neue, was die Schöchen da mitbringen. Das sorgt immer wieder für Begeisterung. Also wer denkt, dass da guter Modellbahn nur in Deutschland stattfindet, ist da völlig falsch gewickelt. Auch wenn ich irgendwas aus Polen sehe, auf irgendwelchen Ausstellungen, das ist immer allererste Sahne. Da habe ich nicht irgendwelche Heimanlagen da, wo irgendwas im Kreis fährt, wo man dann den Eindruck hat, als haben es irgendwelche Kinder gebaut. Das ist hier wirklich vollendete Modellbahn-Kunst. Soll jetzt nicht abwertend klingen, aber es gibt einfach Unterschiede zwischen dem, was man so auf Ausstellungen sieht. Wobei ich sagen muss, dass das in den letzten Jahren, was ich so sehe, eigentlich deutlich gestiegen ist. Also das Niveau, das steigte viel in der Ausstellung. Ich habe jetzt auch wieder, war jetzt auf einer Ausstellung in Gera, das kommt dann auch noch als Video demnächst, dass, wie gesagt, die Ausstellungen wandeln sich, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Na, hier hat einer Holz, dass Sie so viele kleine Szenen, auch wenn ich die Grasfläche hier sehe, das ist also wieder locket. Das ist ja wirklich, also sorry auch, dass die Bilder so ein kleines bisschen durcheinander sind. Also ich bin da immer mehrfach gekreist und habe dann, selbst sind die Bilder jetzt nicht in der Reihenfolge, wie das Arrangement ist. Aber das tut, glaube ich, jetzt auch nichts zur Sache. Hier nochmal kleiner Blick in das fächliche Arrangement. Von der Hauptbahn aus, die hier im Vordergrund zu sehen ist, sehen wir die Kollegen werkeln. Hier haben wir noch eine schöne Schnellzuglok. Und hier ein Zug in Loket, der hier rangiert. Also über die tschechischen Lokomotiven werde ich mich jetzt nicht auslassen, was das für Baureihen sind. Ich glaube, ich habe hier eine 414 gelesen. Das ist sicher eine Lok, die noch von der K&K Eisenbahn stammt. Die dann in der tschechischen Republik dann auch reichlich übrig geblieben sind. Das ist so vielleicht für uns wie die Landerbahn. Und dann die in Tschechien gebauten Lokomotiven dann quasi wie bei uns dann die Einheitslokomotiven. Ja, hier schöne Landschaft. Und es kommt ein Zug. Mit einer Schnellzanderlok, die rückwärts fährt. Wahrscheinlich die gleiche Bauart, wie wir sie gerade hatten. Ne, es ist nicht. Es ist also etwas ehemaliges Deutsches. Das ist eine G7. Mit einem schönen Kesselzug. Der, glaube ich, in Richtung Chemiefabrik unterwegs ist, weil der Apollo hat irgendwie, da war, glaube ich, Petrochemie, was da die Firma da gemacht hat. Hier haben wir einen Personenzug. So, werden sich jetzt über die Hintergrundgeräusche wundert, ich habe jetzt hier den Ton angelassen für den Fall, dass man in der Lok einen Sounddekoder drin hat. Ich müsste nochmal durchhören, was da so gesprochen wird. Eventuell muss ich da noch den einen oder anderen Ton abstellen. Auch das ist eine Rangierfahrt, hier haben wir wieder unseren Kesselzug. Ja, mit ein bisschen Flackerlicht im Führerstand. Das ist aber sicher nicht beabsichtigt. Das ist einfach, dass manche Leuchtdioden einfach flackern im Video. Das war sicher zu Reichsbundzeiten die Baureihe 75. Also nach dem Anschluss Österreichs war sicher eine alte, auch eine alte K&K-Lok. Ja, hier noch eine G7, oder das ist die gleiche wie vorhin, die hier mit einem gemischten Güterzug unterwegs ist. Und ein Triebwagen der DRG unterwegs im tschechischen Ast. Das kann auch sein, dass ich das beim Freien Fahren aufgenommen habe, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich habe immer so meine Zweifel, ob die Lok wirklich in unsere Opfer passt, aber das will ich jetzt auch nicht beurteilen, das überlasse ich dann in den Tschechen. Das ist immer so eine Geschichte, wenn es keiner merkt, ist es in Ordnung. Es muss ja stören, damit es nicht in Ordnung ist. Und die Lok stört offenbar nicht. Hier auch wieder ein gemischter Güterzug. Bei den Tschechen sind sehr viele selber gebaute Güterwagen unterwegs, wenn es gibt, ja kaum was als Großserie. Und da ist halt, ja, das ist auch jetzt so ein grenzüberschreitender Verkehr. Oh Gott, eine Bahre 53, weiß ich gar nicht, was das preußisch war, die hier mit meinem Backwagen unterwegs ist. Das habe ich gerade gesehen. Die Lok hat man vorhin auf dem Foto. Also sollte das eine oder andere Bild, was mir jetzt gerade auffällt hier bei der Einstellung, ein bisschen farblich, ein bisschen komisch sein, dann nicht wundern, das Handy hat große Probleme. Ich fülle mir aus mit dem Handy, hat große Probleme mit dem Hallenlicht. Also vor allem mit der Mischung. Also auf der einen Seite kommt die Sonne durch die Seitenfenster. Und auf der anderen Seite ist das Hallenlicht, was ziemlich gelb ist. Deshalb verirren sich die Farben mir leider immer mal. Also ich versuche dann nachher nochmal, das ein bisschen zu korrigieren. Aber das gelingt mir nicht immer. Wir hatten ja beim letzten Film dann mal ein schwarz-weißes Bild, da ging es gar nicht. Also das war überhaupt nicht zu korrigieren. Zumal das Handy dann auch mitten in der Sequenz die Farbe anpasste, wie jetzt eben. Und ja, es ist schön flexibel, wie man damit ist. Es hat auch so seine Nachteile, die Technik. Ja, diese Allee hier, das ist immer so schönes Video-Foto- und Videomotiv. Hier bemüht es sich, der Lokführer besonders langsam zu fahren, weil er gesehen hat, dass ich hier filme. Es war fast schon ein bisschen zu langsam. Und man sieht auch, die Lok hat hier ein bisschen ein paar Probleme. Und das während der Aufnahme. Da klemmt irgendwas. Das ist natürlich nicht so doll. Vor allem, weil es hier auch eine kleine Lok ist, die sich schon... ziemlich teuer war. Zwischendurch gab es mal Besuch von einer Kindergartengruppe, die hier von oben gewunken hat. Und dann haben wir hier schon den nächsten Zug. Ja, und wir nähern uns jetzt nicht nur dem Zug oder der Zug uns, sondern wir nähern uns jetzt auch dem Ende des Videos. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ich kann noch nicht sagen, wie viel Folgen es werden. Es wird erst mal eine. Aber wenn genug Material da ist, dann schaffen wir vielleicht noch eine zweite. Ja, fahrende Züge kann man ja eigentlich nicht genug sehen. In dem Sinne, einen schönen Abend. Und macht was draus. Ja, fahrende Züge kann man ja nicht genug sein.